Hallo und herzlich willkommen bei Klassik Motors in Gummersbach. Heute stelle ich euch vor eine wunderschöne Vespa 180 SS, die Supersport-Variante ist. Sie ist 15.000 bis 16.000 Mal gebaut worden. Diese hier hat das Baujahr 1967. Sie befindet sich bis auf die beiden Backen und das Handschuhfach im Komplett-Originallack. Die beiden Backen und Handschuhfach, wie gerade erwähnt, wurden mit Originalfarbe beilackiert und poliert. Unten drunter sieht man noch, dass alles original ist. Des Weiteren haben wir hier wunderschöne originale Anbauteile. So etwas wie zum Beispiel hier im Rücklicht. Wir haben die Aquila Sitzbank Original. Ich mache sie mal auf. Hier sieht man auch den schönen Originallack mit dem Aufkleber. Unten drunter die Sitzbank in einem schönen Originalzustand. Wir haben sehr, sehr schöne Seitenauffallschutzbügel. Und dann haben wir hier was sehr tolles. 044 ist graviert. Wir haben Ulmer Schlitzrohre. Original. Ganz selten anzutreffen. Genauso wie die Zierleisten vom Trippbrett. Wir haben einen originalen Gepäckträger aus der Zeit. Sie haben einen Chromring. Sie haben einen Frontscheinwerfer. Original, originalen Kotflügel-Aufprallschutz. Sehr schön. Die originale Hupe ist auch verbaut. Das originale Zeichen. Also ist rundum wunderschön die Maschine. Also in diesem Zustand, will ich mal behaupten, findet man nämlich mehr häufig. Schöne Piaggio-Griffe, die originalen alten Hebel. Aber wirklich toll. Ich schmeiße sie mal an. Sie läuft auch gut. Diese hier wurde in Schweden gefahren. Hat auch schwedische Papiere. Hier aber nach TÜV zuzulassen, ist kein Problem. Wie man sieht, ist es hier sehr kalt. Und jetzt die Maschine auf. Unten drunter wurde die Maschine mit Steinschlagschutz und Rostschutz übersprichen. Das zeige ich gleich noch. Ich mache sie wieder aus. Es ist kalt. So, wie man sieht, ist es an meiner Kleidung hier sehr kalt. Die Maschine ist auch sehr kalt. Ich zeige euch nochmal eben unten drunter den Steinschlagschutz, der aufgetragen wurde. Es schadet nichts. Das ist jetzt Geschmackssache, ob man es schön findet oder nicht. Aber es tut hier einfach gut. Ja. Wunderschöne Maschine. Sie schaltet sehr gut. Ich bin sie selber gefahren. Ist durchzugsstark. Ja. Sehr schön. Ich bedanke mich. Ciao, ciao. 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 Ciao.